Hallo, ich bin André von TSK Zürich und erzähle euch heute etwas zum SeaLife Underwater Gehäuse. Vielleicht gehören Sie auch zu den Tauchern, die ab und zu mal fotografieren möchten, die finden, ich will Schnappschuss aus den Ferien mit heimbringen, aber nicht unbedingt ein grosses Budget haben für eine Fotoausrüstung zu kaufen. Dann können wir eigentlich das Produkt SeaLife sehr empfehlen, weil wir es mit allen gängigen iPhone Gehäuse brauchen können. Es wird wie eine App gesteuert und es ist wirklich super einfach zu machen. Es beinhaltet alle Sicherheitsfeatures, die man braucht. Selbst, was man sonst bei teuren Gehäuse nur hat, beispielsweise einen Vakuum-Jack, um zu schauen, ob das Gehäuse richtig funktioniert, ob es gut ist. Und mit der App oder damit kommt, sehe ich sowohl tiefe, ich sehe alle Einstellungen, die relevant sind, um auf so einem Tauchern wirklich top Bilder zu machen. Wir finden eine absolut super Alternative für alle die, die kurzum einen Schnappschuss machen wollen und nicht viel Geld ausgeben. Und wir finden ein wenig mehr. Und wir werden es hier wirklich gut mit dem Menschenbuchstern sehen. Und wir brauchen sie mit einem Neuen Gäupte. Und wir sind die Impfung. Vielen Dank.